Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Georg aka Jamie aka Ich weiß nicht genau, welcher Charakter er gerade ist. Ich nehme an, du bist Georg. Dieser war ein schöner Hintern. Ja, das ist mein Hintergrund. Da ist die Kamera. Und wir nehmen jetzt gemeinsam was auf. Und zwar schauen wir uns heute gemeinsam ein bisschen YouTube-Kacke an zu Krass Klassenfahrt. Ja! Hast du schon mal YouTube-Kacke geguckt? Nee, was? Nee? Nee. Ja? Ja, nein. Bist du denn mit dem jetzigen Verlauf der zweiten Staffel zufrieden? Wie bitte? Würdest du sagen, dass die zweite Staffel Krass Klassenfahrt gut gewesen ist oder eher nicht? Weiß ich nicht. Nee? Möchtest du einfach anfangen? Georg. Wie bitte? Sollen wir einfach anfangen, Georg? Ja. Ja gut, dann fangen wir einfach an. Also Georg, wir können das so machen. Du musst versuchen, nicht darüber zu lachen, was passiert, okay? Ja? Wir schauen uns die Sachen an und die sind vermeintlich lustig und du darfst nicht darüber lachen. Okay. Ja? Ja, dann probiere ich das mal. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Fangen wir an, okay? Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Frau Ostermann hat so, hat so. Also die Aufga... Sie hat gerülpst? Nee, das ist... Guck mal, das ist so ein Gesicht. Die Sache ist, dass du nicht... Die hat so ein Hamstergesicht auf einmal. Die Sache ist, dass du nicht darüber lachen sollst, Georg. Georg, nicht lachen versuchen. Ach so. Ja. Ja. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt. Georg, das ist so geschnitten worden. Ach so. Das ist... Das soll... Da bin ich! Oh, wow! Das... ...asen... ...paar. Sorry. Ich könnte genau jetzt im Hilton sein. Ja. Ja. In Moskau, in meinen Eltern. Und wo bin ich? In ihren Eltern. In Moskau, im Hilton. Warte, was? Das ist echt so, ne? Hoffentlich gibt es hier überhaupt einen WLAN-Kack. Seid doch mal froh, dass ihr hier seid. Und ich weiß noch nicht, dass du... Ja, ja. Schöne Musik, oder? Passt. Ich möchte, dass ich möchte... Ja. Frage, bitte. Betty! Okay. Ich frage mich nach Betty. Frage, bitte. Was machen die Kameras hier? Kennst du das? Hornhub. Ja. Was ist das denn? Gut, Georg. Sollen wir uns vielleicht was anderes anschauen? Das scheint dich ein bisschen zu überfordern. Ich habe hier noch eine andere YouTube-Kacke von meiner Mosel. SARS-Klassenfahrt. Kenn ich nicht. Ne? Nein. Sollen wir nochmal reinschauen? Ja. Reino, schisch. Nicht. Ja, ja. Gefällt dir die Musik? Ja, mega, oder? Fremdkirr. Fremdkirr. Das war falsch gesteht. Reino, was machst du denn hier? Das ist eine Handyhülle von Reino. Schisch. Das Handy kann nicht kaputt gehen. Er darf diese Aufnahme auf gar, 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 gar keinen Fall weiterhören. Dulalulalulalu. Ja. Ja, klar. So, was heißt? Muss ich das verstehen? Nee. Nee. Ich habe das noch nicht gesehen, Alter. No regrets. Stasi. Stasi, ne? Ja, ja. Hast du gesehen? Nee. Stasi, guck hier. Stasi. Stasi. Ja. Ja, ist auch dein Name, oder? Da fehlt was, aber... Nee, heißt die nicht Stasi? Da guck doch mal. Achso, was fehlt denn da? Weiß ich gar nicht. Ja. Hm. Zeus. Cheyenne? Kennt man doch, oder? Nee, das hört man gar nicht. Hä, so sieht doch Cheyenne aus. Das stimmt, ja. Fernand. Drenley und Stachsla. Du hast wirklich zu viel getrunken. Was hast du gerade gesagt? Was hat sie gesagt? Du hast einfach zu viel getrunken. Was habe ich gemacht? Du hast einfach zu viel getrunken. Wie zu viel getrunken, Mann? Du hast einfach zu viel getrunken. What do you say to me, you little shit? Ganz ehrlich. Sie denkt auch echt nur, weil sie ständig einen Ständer hat und man was mit ihren Eltern hatte und man was mit dem Sohn eines Instagrams fand. Hör auf zu lachen, das hast du doch gerade gesagt. Hast du schon mal was mit deinen Eltern? Ja. Und? Was? Einen schönen Urlaub. Ah ja. Und wie war das? In der Ostsee. Ja. Wenn du ins Mikrofon reinsprichst, dann ist es einfacher. Hallo. Genau so. Sollen wir einfach weitermachen, Georg? Hallo. Ja, super. Ich freue mich so. Wir müssen auch so sein. Achso, Söhne. Ich freue mich so. Oh, nein. Konzentriert. Wieder tanzen. Wieder tanzen. Wieder tanzen. Wieder tanzen. Wieder tanzen. Oh, weia. Hast du das gesehen? Das waren doch diese da aus Australien. Und jetzt brennt Notre Dame wegen dem Henry. Äh, Handy. Henry. Handy, habe ich versprochen. Ja. Das Handy-Öl ist von Ryan-Rashish. Von Ryan-Rashish. Was ist mit dem Bildern und den Videos? Was ist los? Ich muss auf dich kacke fangen. Lörst du die kacke nehmen? Siehst du die da? Nein. Die steht auf ganz, 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 ganz dike Koks. Ich habe nun wieder lezer Stanz. Kannst du sagen, dass der, hat der Stanley einen Megakok? Was ist denn ein Kok? Der Penis eines Mannes, der Phallus. Weil du hast ja damit Probleme, ich will jetzt auch gar nicht da zu groß drauf eingehen. Du hast ja ein bisschen Streit deshalb mit deiner Freundin da. Georg. Wie ist denn das beim Stanley? Wie ist denn sein Penis? Ist der groß oder? Ist egal. Wollen wir weiter gucken? Möchtest du aufhören? Sollen wir nicht noch zu Ende schauen? Nein! Warum denn nicht? Ich komme nicht immer nur auf die Größe an. Sondern auch auf die? Dicke. Genau, ganz genau das. Das kann man nur bewundern. Ja, er hat, ich meine, er hat schon mit 100 Hunden geschlafen. Mit 100 Hunden hat er schon Sex gehabt. So wie ich ihn kenne, macht er halt die Hunde voll. Er ist so ein Hammertyp. Da, da, da. Da, da, da. Ja. Ja. Guck mal, die hat gekackt, ne? Ja, ist passiert, oder? Ja, aber doch nicht auf dem Hof. Ja, warum denn nicht? Das ist gut. Der ist reingeschlafen? Ich glaube schon. Ja. Aber es ist ja nur rein editiert, ist ja nicht echt. Ja. Ja. Nee. Moim? Nee. Moim? Gar nicht. Moim? Nee, leider nicht. Moim? Nee, ist der nicht. Ja, schade. Ja, oi, das sind meine Socken. Ja. Da bin ja ich, ja? Hallo, Gork. Darf ich mich ganz... Der Gork. Ja? Ja. Das bin ja ich jetzt. Ja. Ich wollte mich bei dir nicht entschuldigen. Aber nicht meine Stimme. War nicht? Nein. Von wem war die? Weiß ich nicht. Aber wie sind die da reingekommen? Ja, stellen wir uns einfach weiter. Keine Frage. Wieder mal ziemlich viel wieder mal getrunken. Und ich hatte gestern ganz krass mit dem Schieß und da bin ich kacken gegangen. Mhm. Und ich hab... Ah! Was denn? Entschuldigung. Äh. Ich hatte damit schon in der Vergangenheit Probleme und das hätte nicht passieren dürfen. Nimmst du meine Entschuldigung nicht wahr? Ja, klar. Wir sind jetzt übrigens alle im Gemeinschaftsraum. Möchtest du da mit mir hinkochen? Äh, nein. Alle la... Mist nicht. Ich bin eure Lehrerin und, ähm, ja. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich mit euch heute kotzen. Was ist denn mit Chayenne los? Weiß ich nicht. Ich hatte Doppeldu. Nee, darum geht das aber nicht. Gestern trinke ich noch was mit denen und heute trinke ich noch was mit denen und morgen trinke ich noch was mit denen und wenn es mal gearbeitet werden muss, trinke ich noch was mit denen. Das ist die Kacke da. Ganz ehrlich, wer feiern kann, der kann das machen. Ich glaube, gestern war schon anstrengend, ja. Kurze Frage. Ja. Das möchte ich gar nicht sehen. Warum? Wegen deiner Ex-Frau denn jetzt? Georg. Möchtest du es nicht sehen? Ja, okay. Dann hör einfach nur zu, ja? Ja. Wieso? Los. Ja. Na, kann man erzählen. Sag mal. Warte mal. Was passiert denn da? Du guckst ja nicht hin. Georg, das ist ja nicht schlimm. Ihr seid doch schon wieder auseinander. Nein. Ich blick immer an meine Eltern, du weißt doch. Sag mal. Hast du gehört, ich fick dir mit ihren Eltern? Das? Ja. Das? Was ist das? Ja. Das Kondom sein für mein Hund. Achso. Hey, hier, hallo, hier. Hey, hallo, nachher. Ist das legal, Georg? Du? Bestimmt, ich. Nein. Nee. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, Gen. Mensch, Georg. Komm mal, eine YouTube-Kacke ist, glaube ich, noch hier. Sie wollte doch schon lange hier sein. Ja. Georg, keine Fragen stellen. Okay. Zeus ist so ein Psycho. Eigentlich sollte ich zu ihm gehen und mir mal richtig meine Meinung sagen. Was er dir alles angetan hat, das ist so krank. Gut, das ist jetzt nicht bearbeitet, oder? Gar nicht, nein. Findest du es gut? Siehst du es nicht so? Ja. Nö. Sollen wir einen Dislike geben? Ja, bitte. Ja, Dislike. Gut, Georg, wie hat ihr denn sowas... Och Gott. Was ist denn das? Das ist jetzt nur... Das ist nicht so wichtig. Georg, ja, schön, das hat doch Spaß gemacht, oder? Georg, wie gefällt dir denn YouTube-Kacke? Ist da eine Sache, wo du sagst, es ist lustig, oder eher nicht so? Nein. Nee? Nee, war wirklich nicht gut. Nee? War kacke. Kann ich mal einen High Five? Oh. Ja, schön, dass du hier gewesen bist, Georg. Wie sagt man am Ende eines Videos? Abonnieren. Tschüss. Achso, ja, genau, Leute, macht's gut. Schaut unbedingt bei Georg vorbei, also bei J... Yeah. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Desto. Ja. De. Des cover. Ich. Ich. jung. Woバt. Dsch. ." Untertitelung des ZDF, 2020